Die Geschwindigkeit Ein größtenteils sehr gutes Ergebnis erreicht die Sony Cybershot HX300 bei der Geschwindigkeit. Bei voller Bildauflösung von 20,2 Megapixel sind schnelle 10 Bilder pro Sekunde möglich. Mit 10 Aufnahmen in Folge ist die Serienbildaufnahme damit zwar ebenso schnell wieder beendet, für eine Kompakt- bzw. Bridge-Kamera ist dieses Ergebnis allerdings trotzdem sehr flott. Ebenso überzeugend fällt die Auslöseverzögerung mit 0,02 Sekunden aus, die reine Fokussierungszeit liegt bei sehr schnellen 0,22 Sekunden. Bis zur vollständigen Displayanzeige nach dem Einschalten müssen 2,23 Sekunden gewartet werden, auf das erste Bild nach dem Einschalten 2,06 Sekunden. Die allgemeine Arbeitsgeschwindigkeit der HX300 ist somit sehr flott. Wie dkamera.de die Geschwindigkeit der Kamera testet, sehen Sie im Folgenden. dkamera.de testet die Geschwindigkeit der Digitalkameras in einem aufwändigen und technisch anspruchsvollen Verfahren. Der Testaufbau mit einem speziell für diesen Zweck geeigneten Geschwindigkeitsmessgerät verrät uns unter anderem die Bildfrequenz, die Auslöseverzögerung, die Fokussier- und Einschaltzeit. Die Ergebnisse der einzelnen Modelle finden Sie im Testbericht unter dem Reiter Geschwindigkeit. Den Zuck see des Hinterklassen . Die Auslöseverzögerung, die Fokussier- und Einschalten. Diese ich при ripped... Vielen Dank.